I just literally can't start my day without my pumpkin spice frappuccino decaf. Shut up! Shut up! Wir räumen gefühlt einmal im Jahr des Büros. Heute ist wieder soweit. Wir brauchen übrigens keine Hilfe mehr. Vielen Dank, dass sich Sachen geändert haben oder eigentlich vermarkten Probleme sind. Es ist so wichtig gewesen, dass ich es gestern nicht in einem Lauf reingeschnitten habe. Und ich habe wenigstens nicht mehr erinnert, was ich gestern gesagt habe. Weißt du, was wir schon urlang nichts mehr gemacht haben? Einen Schnipser. Was sind das, die Haribo? Im Garten haben wir noch Cola Flasche geplant. Lustig. Die sind zu reif. Das ist irgendwie sauzauer. Komplett lauernd. Lecker. Ich bekomme jetzt eine Fructosevergiftung, weil ich mir, glaube ich, 17kg Bären reingestellt habe. Jetzt gibt es ein bisschen an Wiener. Gänst du Wiener? Sag ich Niener. Damit mein Körper nicht glaubt, ich wäre gesund unterwegs. Das ist wie ein Tempel. Ja Cisco. Das ist wie ein Tempel des Saoms. Two Leute, feminutsachen, sondern die Tahunen. Man 구rettet Ihr gewartet. Er�� sagen.